Hallo Freunde von Wollof Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht, eingesendet von Heel, bekannt vor, haben wir das schon mal gesehen, also Heel, in seiner Napoli. Und das ist jetzt tatsächlich ein ausgesuchtes Gefecht von mir, weil es eine Napoli-Einsendung war, das war die erste, die ich gesehen habe. Dementsprechend schauen wir uns jetzt einmal eine Napoli an, die auch auf 9.2 Kilometer Reichweite der Sekundärartillerie geskillt ist. Und dann werden wir schauen, wie viel Schaden er mit dem Ding macht. Meine Voraussage ist, wenn es über 100 sind, werden es 40.000 sein, also 110 bis 130 Treffer, sind um die 40.000 Schaden. Wo ich das weiß, habe ich es in der Vorstellung, in der Review habe ich es erwähnt, leider dann vergessen, ans Ende die Endscreens zu setzen. Was ich da gefahren bin, waren dann 130.000, 140.000, 150.000 oder auch mal 160.000 mit der Napoli. Und in den Gefechten, wo ich nicht nah herangekommen bin, waren es 60.000, 80.000 oder so, wenn ich die Sekundärartillerie nicht einsetzen konnte. Dementsprechend schauen wir uns mal an, was Heel mit diesem Schiff hier fährt, mit den 254 Millimetern, den 3x3. Mit einem Schiff, dem die Hydro fehlt, aber muss halt mit anderen Dingen hier das ausgleichen. Wenn die Kite, Voraussicht. Wir werden sehen. An und für sich kein hässliches Schiff. Für Kohle kann man es sich immer holen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Es gibt eh nicht mehr so viele Schiffe für Kohle, die langjährige Spieler sich holen können. Die Thunder ist raus. Das wäre ein Must-Have-Pick gewesen. Und was gab es denn da noch alles? War die Summers? Ah, es war Stahl. Das Problem ist, ich habe jetzt alle Schiffe mittlerweile, bis auf die vier Forschungspunkte, weil ich zu faul bin, die zurückzusetzen. Also die Schiffe zurückzusetzen, die Linien, um dann nochmal hochzufahren, weil Wargaming irgendwie zu schnell neue Linien herausbringt und ich habe noch Linien zum Hochfahren. Und ja, wisst ihr, das ist ein Fluch, ein Segen, leider. Dementsprechend sind die Forschungspunkte-Schiffe leider schwieriger zu bekommen als alles andere für mich. Naja, es sollte übrigens was mit dem Sound komisch sein. Bitte schreib es mir in die Kommentare. Wargaming war der Meinung, dass wenn das Spiel crasht, alle eingestellten Dinge auf Null gesetzt werden. Das bedeutet die Auflösung, Orkraut und Rüben, die Toneinstellung etc. Es könnte also sein, dass die Musik zu leise oder zu laut ist. Der Schuss zu laut, zu leise. Ja, wenn das Gehirn leise und laut kombiniert, dann wird es light. Also wenn es zu light ist, dann sagt es mir, kann auch zu lause sein. Ist alles möglich, tatsächlich. Dementsprechend einfach bitte in die Kommentare schreiben, dann weiß ich Bescheid. Ja, hell pusht hier auf die Seite. Ist natürlich ein ideales Gefecht, wenn kein Flugzeugträger mit dabei ist und je weniger DD ist, desto besser. DD sind natürlich ein ideales Ziel für die SAP-sekundäre Artillerie. Und ja, das wurde hin und wieder auch übersehen in dem Review, wenn ich über SAP gesprochen habe, hieß es dann, aber es hat ja nur Hi und AP, warum wird so viel über SAP gesprochen? Weil die sekundäre Artillerie, das Besondere an diesem Schiff, in SAP-Munition angegeben ist. Torpedos hier tatsächlich nichts. Mega Besonderes sind langsam italienische Torpedos. Dementsprechend habe ich seltenst etwas getroffen, nur in einer Entfernung, naja, wo man vielleicht besser nicht hätte hinkommen sollen, haben die es sicher getroffen. Ja, so ist es halt. Es sind Notfalltorpedos für mich oder eben solche Wegfahrtorpedos, die dann auch angenehm sind. Smoke musste leider genutzt werden zu drehen und dann wird Hi geschossen, was halt meistens effektiver ist bei dem Schiff als die AP, wobei die AP auch gar nicht schlecht ist. Man müsste eigentlich ein bisschen abbremsen jetzt. Das müsste, ja, macht hell sogar, denn die Venezia pusht. Und was wir wollen, ist unsere sekundäre Artillerie einzusetzen. Das ist Christenflecht, ne? Ab da müsste die Venezia große Probleme haben, denn sie kann uns mit ihrer SAP viel besser. Na, jetzt, ab, bremst doch ab! Es sind doch nur noch 0,3 Kilometer. Come on! Brems! US! Ich weiß, es lässt, ich kann es nicht zugehen, aber da kommt dann wieder der Smoke, ne? Und du hast noch eine Schimmakase, die da alles aufmerkt. Kommt, bevor die Venezia checkt, was für ein Pferd er sie gemacht hat. Ich würde sogar die sekundäre Artillerie kurz ausmachen. Nein, Brems! Ich kann es nicht mehr jetzt ansehen, das wären schon 30 Sekunden hier. Ist halt schade. Die sekundäre Artillerie ist tatsächlich relativ stark auf Kreuzer. Hier bei diesem Stich. Auf Schlagschiffen haben wir das Problem, wir penetrieren nicht alles. Nicht alles. Es ist heute schon spät. Aber bei Kreuzern haben wir weitaus mehr Glück. Das wäre die Chance gewesen, hier gegen Edinburgh, wo sowieso dann quasi alles penetriert. Oder Venezia in den Brawl zu kommen. Ja, die Torpedos sind scheiße. Die Overpens hier gehen auch auf den Stack. Eine Zetterelle war zumindest mit dabei. Und drei Pens und drei Overpens. Also es kommt mit der Zeit. Und auch die Kansas hat hier nochmal richtig reingehauen. Aber wir haben unsere sekundäre Artillerie. Also ich hoffe, ich erwarte mir, dass dieses Schiff mit sekundärer Artillerie einen guten Flow bekommt. Dass wir ein Gefecht sehen, wo ihr weit ab von meinem Replay auch mal ein bisschen sekundäre Action seht. Und ich glaube, jetzt wird hier gebrawlt unter Anführungszeichen gegen die Venezia. Die Venezia möchte natürlich nicht in die sekundäre Artillerie kommen. Das ist dann, ich will nicht sagen Todeszone. Aber wir haben hier 3x3 frontal. Die Venezia hat die 3x3 frontal. Sie zeigt jetzt auch genügend Breitseite, um Schaden zu bekommen von unserer AP theoretisch. Aber unsere sekundäre Artillerie wird dann auch noch Schaden machen, wenn sie wieder besser reindreht. Das wird sie mal. Jetzt ein bisschen zeigen. Oh, jetzt kommt von der anderen Seite die Fletcher. Das ist natürlich das Gold. Wir können auf beiden Seiten schießen. Die Hydroakustische Suche wäre jetzt praktisch. Der Smoke. Dann dürfen wir nicht mehr mit der Hauptartillerie schießen. Ansonsten wirkt das gar nicht mehr. Natürlich kontort die Venezia hier an. Die Fletcher wird nicht torpediert haben, weil sie hinter der Insel ist. Die Venezia wird auf jeden Fall torpediert haben. Die alles entscheidende Frage ist nur, wo kommen die Torpedos? Da sind die Torpedos. Und wir schaffen es noch rauszudrehen, weil das Ding echt wendig ist. Die Venezia hat geschossen und ist dadurch offen. Wir haben jetzt für 20 Sekunden Sekundärartillerie-Power. Und wir sollten es auch dabei gelassen. Wir werden... Schau mal oben. 31.000. Und... Immer noch 31.000. 32.000. 33.000. Nur Sekundärartillerie. Aber wenn wir ein bisschen Spot hätten, wäre geil. Und da kommt die Fletcher. Jetzt wird es gefährlich mit den Torpedos. Diesen Abwurf soll sie nicht geschafft haben. Oh, da kommt die gute Salve an. Ein Treffer. Ein Treffer Sekundärartillerie. So, jetzt fight Venezia. Die nimmt einen Torpedo mit. Seid ein bisschen breit. HP müsste man drin haben. Das wäre geil. So haben wir einen Brand. Das ist praktikabel. Torpedos von der Venezia auf der linken Seite gehen vorbei. Treffen wir hier vielleicht mit dem Lama-Arsch-Torpedos in den selbigen... Nein. Venezia weicht aus. Übersteuert. Nicht schnell genug. Schafft es auszuweichen. Torpedo um Torpedo. Wie schon gesagt, die Torpedos sind leider nicht sehr geil. Jetzt auf die Fletcher. Die Sekundärartillerie. Wir machen Treffer um Treffer. Fletcher ist raus. Jetzt wieder auf die Venezia. Da ist tatsächlich... Höherziel, bitte schön. Weil das hat keinen Sinn. Wir sind jetzt hier nieder. Naja, zum Glück gab es genügend Splash hier nach oben. Und das Ballgame hat es nicht so genau genommen. Wir haben Sekundärartillerie-Treffer. Und 80.000 Schaden. Mit HE geschossen, zu viel Schaden gemacht, ein brandgemacht, ein Torpedotreffer und die Sek hat es dann gefinisht. Super cool. Das ist natürlich praktikabel. Die Napoli ist wieder eins der Schiffe, die im 1 versus 1 am besten ihre Stärken ausspielen kann. Oder wie in der Review gezeigt, die ich euch am Ende nochmal verlinke, über Inzellen mit der Sekundärartillerie arbeiten. Und wenn man es gescheit anstellt, dann können locker 40.000 oder 50.000 Sekundärartillerie-Treffer drin sein. Wenn man ganz perfide ist und mit einem DD spielt, der einen auch noch folgt in Reichweite und dann spottet, dann hat man Spass und Ende. Wird natürlich geschmälert durch Nachtschiffe, die darauf warten, sich rauszusniben, während man vom feindlichen Radar aufgemacht wird und es gibt Radarkreuzer zuhauf, wir haben hier natürlich ein Bombenmatch mit. Wir haben eine Petro Pawlowski im Gegenteam. Theoretisch eine Edinburgh, die auch Radar mitnehmen könnte auf 10 Kilometer, aber die Petro mit den 12 Kilometern ist der vorrangige Feind und der Rest hat einfach nichts dabei. Gar kein Radar ist dabei. Weder ein Flugzeugträger, noch ein Radar, noch fünf TDs, werden das Spiel theoretisch zur Hölle machen, während die Schlachtchefe hinten am Arsch der Welt sitzen und aus 20 Kilometer Reichweite auf eine arme Napoli schießen, die sich nicht wehren kann. So ist es halt. Dann Sonetti ist hier drauf und das ist relativ schlau und ich glaube, ich werde meinen auch hier raufsetzen, denn ich kann ruhig, nochmal nachschauen, ich glaube, es kann ruhig der Kapitän der, nein, doch, der Kapitän der Venezia und der Napoli werden, da muss ich noch einmal vergleichen, weil wir haben beim Kapitän-Skill keine Möglichkeit, sekundär Artillerie-Reichweite zu skillen, das geht quasi alles über das Modul und das ist auch ein großer Vor- und Nachteil, für den es ein eigenes Video geben wird, auf dieser oder nächste Woche. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil ich gerne darüber ein bisschen sprechen würde, einen Talk machen würde, darüber viele Spieler sich aufregen, aber ich gar nicht so schlimm finde. So eine Win-Win-Lose-Situation könnte man fast sagen. Wir sind jetzt bei 100.000, das ist mehr auf HE als auf AP gespielt. Ist auch praktikabel, die Haie, würde ich sagen, ist wertvoller auf dem Schiff, weil die AP hin und wieder ein bisschen rumspinnt und die Winkel mit 45 Grad bis 60 Grad, die normalen AP-Winkel sind, also nichts Spezielles, dementsprechend muss ein jeder selbst abwägen. Man kann das Ding natürlich auch auf Reload spielen, ist aber ungemein schwieriger, ich habe es auch auf Reichweite. Wie gesagt, die meisten Gegner fahren gerne weg und dann haben wir ein Problem. Ein Problem, dass wir nicht hinterherkommen, obwohl das Schiff schnell ist und wenn wir dann dran sind, dann kann zu viel vom Feind auf uns schießen, was wir auch nicht wollen. Alles scheiße. Wenn man kurz ne hat, wie gesagt, ist alles scheiße. Dann reißt es auch die Dicke nicht mehr raus, muss man einfach sagen. Es wird ja mit Heie noch die Pismar-Kampf gefahren. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir bekommen noch ein bisschen Sekundär-Artillerie-Action. Ich kann mir vorstellen, dass Heiel jetzt einfach reinfährt hier, gegen die Vampire kämpft oder Pismar, die da noch ankommt. Phantom Nost. Wer ist die? Ne, die andere, die hier, also Drackei, Drackelhai, keine Ahnung, dass die reinfährt und uns so zugute kommt, dass sie uns entgegenfährt, während wir den anderen quasi hinterherfahren. Ich hätte gerne tatsächlich ein bisschen mehr Sekundär-Artillerie. Ich habe die Napoli ausgewählt, in der Hoffnung, dass wir kontrollieren können oder nachschauen können, wie viele Sektreffer für wie viel Schaden verantwortlich sind. Denn die Napoli hat keine ungenaue Sekundär-Artillerie. Ja, ich weiß, großes Problem ist die Pender 90 Millimeter auf Schlachter zum Beispiel. Aber wir penetrieren immer die Superstructure bei jedem Schild. Also das ist schon mal praktikabel. Es ist natürlich beim Schlachter verlustiert sich ein bisschen was, was halt nicht die Superstructure trifft oder wenn sie eben schon gesättigt ist. Es auf die Idee ist und es ist natürlich auch auf Kreuzer, von der britischen leichten Kreuzer weit aufs Besser. Aber man kann ja nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Sonst wäre das Schiff wahrscheinlich zu stark. Vielleicht sollte ich noch anmerken, habe es schon mal gesagt bei der Vorstellung der italienischen Schlachtchefe. Genau das hätte ich mir für die italienischen Schlachtchefe gewünscht. Gewünscht. Sekundär-Artillerie mit SAP. Und dann gerne auch nicht nur 90 Millimeter, sondern wenn mir die Pen passt, 32 Millimeter Pen auf Stufe 8 bis 10 bekommen. Und auf Stufe 7 halt dann die 26 Millimeter Pen auf Stufe 6 oder darunter, was wir eigentlich auch da haben. Ist nicht so tragisch. 26 Millimeter Pen, das würde passen, dass man da 90 Millimeter bekommt von Geschützen. Und Zidane quasi die Italiener mit schlechtem Sigma, aber einer relativ guten Panzerung, unter Anführungszeichen, wenn das Kaliber nicht zu groß ist, man die dann reinwirft als zweite Variante der Sekundär-Artillerie-Schlachtschiffe. Schauen wir uns das an. Wie viele italienische Schlachtschiffe sehen wir in den allermeisten Gefechten? Sehr, sehr wenige. Das hat natürlich seine Gründe. In einem Gefecht, wo Montana, wo Kansas Conqueror, die Reichweiten, Schiffchen, die Amerikaner, also auch die Yamato ist noch mit dabei, das Gefechtsgeschehen dominieren, weil Heinz und Kunz noch weiter hinten sitzen wollen, weil Heinz nicht mehr so viel Ketchup macht wie früher und deswegen Zeit hat, wenn wir World of Warships uns dazugekommen ist, weil Heinz gesagt hat, ja, da habe ich einen Bock, lass saufen, lass hinten sitzen, müssen wir uns nicht bewegen, ich bin nicht besaufen, ist alles verschwommen, lass auf Entfernung spielen. Da ist unsere Reaktionszeit relativ egal. Also beim Ziel natürlich. Und so passiert es halt, dass man Probleme bekommt, um mal gelindig gesagt das zu erwähnen. Naja, also ein sekundärer Schiff, das der Mieter widerstehen kann, wäre schon nicht schlecht. In Napoli ist es vielleicht nicht ganz, aber wir können uns ja nähern. Jetzt bin ich gespannt. Die Monty sollte eigentlich den Nahkampf mit diesem Schiff suchen. Wegfahren wäre fatal für ein Schlachtschiff Stufe 10 gegen einen Kreuzer Stufe 10. Natürlich, wenn sie weiss, dass man auf 90,2 Kilometer nicht ranfahren soll, dann schwieriger. Weiss sie das? Oder dreht sie einfach das Prinzip ab? Es, wie Hel hier tatsächlich mit der Wendigkeit der Napoli sehr viel Feindbeschuss verhindert. Das muss er sich noch abgewöhnen, das muss er noch quasi verändern in der Artillerie. Ping drauf. Er darf nicht schießen, wem Smoke ist. Ansonsten bringt ihm natürlich der ganze Smoke nichts. Man hätte jetzt hier theoretisch auch... Ich weiß ja, jetzt hat die Conqueror was erledigt. Man hätte jetzt hier theoretisch auch aufhören können zu schießen. Oder gar nicht schießen, sondern nur die Sekundärartillerie arbeiten lassen. Das würde theoretisch auch bei der Montana funktionieren, wenn man näher dran wäre. Leider nur 51 Zieltreffer mit der Sekundärartillerie. Das ist leider ein bisschen schade. Hätten wir mehr erwartet. Aber lassen wir mal schauen, was dann schlussendlich rausgekommen ist. Das Gefecht an und für sich zeigt zwei, drei Dinge auf, die man auch im Review-Video gesehen hat. Die ist wendig, die ist schnell. Quedos sind meistens für den Arsch. Und mit Haie macht man über Feuer mehr Schaden, als wenn man immer mit AP schießt. Ich habe aber gerne mit AP geschossen, weil AP zu eruieren ist meistens ein bisschen schwieriger. So, jetzt haben wir wieder ein Schnellfeuertalent aktiviert. Ausgezeichnet. Und wir sind wieder knapp außerhalb der Reichweite. Wie gesagt, da muss er noch gut drauf aufpassen. Diese zwei Dinge. Wenn er auf 9.3 Kilometer ist, so fahre er doch noch 200 Meter nach vorne. Das gegnerische Schlechtschiff wird gleich schlecht oder gleich gut treffen. Aber unsere Sekundärastillerie schiesst drauf. Und je näher wir dran sind, desto genauer natürlich. Das Cap kriegen wir sowieso nicht durch. Und solange wir nicht zu sind, wird jemand dann auch auf uns schieben. Wir haben keinen Smug mehr. Hat da übrigens der Inspektur des Skills. Jetzt kann ich noch schauen. Glauben nicht. Glauben nicht. Wir sind bei 70 Sekundärer. Gib mir 100. Gib mir 100. Überlebe so lange, dass wir 100 haben. 160.000. Ja, zu kurz. Zu kurz, weil sie zurückfährt. Das ist ja klar. Die Sekundärer trifft da. 166.000. Ja, nochmal 2.000 mit der Sek. Nochmal ein Tausender. Nochmal ein Tausender. Ja, es kann auch der Brand sein. Das ist das Problem, was hier noch so reinzimmert. Jetzt würde ich tatsächlich auf AP wechseln. Ich würde nicht auf die Zitrelle ziehen. Die ist quasi nicht zu treffen bei der Montana. Nicht mit den Zipzern, 54. Ja. Aber ich würde auf den Panzergürtel schiessen und 10.000er Salben schiessen. Das geht. Das geht easy. 190.000 Schaden. Das ist mir auch in meiner Napoli nicht gelungen. Zwei zerstört. Einen Treffer mit Zitrelle. Wahrscheinlich wenig High. Das werden wir gleich sehen. 1.800 Punkte bei einem Sieg. Ein sehr durchwachsendes Gefecht. 1.826 Punkte bei einem Sieg. Das ist jetzt nicht besonders krass. Was mich aber interessiert, und was euch wahrscheinlich auch interessiert, ist einerseits die Sekundärer-Astellerie. Und da haben wir 40.000 Schaden auf 16 Treffer. Wäre noch cool, wenn das aufgesplittet worden wäre. Und schaut euch das an. Wir haben knappe 400 Granaten verschossen. Und wir haben ein Viertel davon getroffen. Und das auf so gut wie maximale Reichweite. Hätte ich das doch beim großen Kurfürsten, dann wäre ich fast zufrieden. Da kommen wir aber eher in einen 10-15%-Bereich, wenn überhaupt. 25%. Das ist schon sexy. Und natürlich die Brände. 25.000 von 40.000 an Bränden. Allein das reicht schon aus, um den Durchschnitt mit dem Schiff wahrscheinlich zu erfüllen. Dann hätte die Pen nicht sein müssen. Generell von AP und von High. Das ist einfach brutal. Hier sehen wir die Credit-Punkte. Hier sehen wir den Kapitän. Doch, Inspekteur ist geskillt. Er hat hier das RPF geskillt. Das ist praktisch. Ich habe tatsächlich hier diesen Skill genommen, weil, naja, wenn ich nah dran bin, will ich, dass meine 6 schnell schießt, dass meine... Also wenn ich... Ich glaube, das ist der Skill, wenn ich in Sekundärreichweite bin, dann bekomme ich weniger Nachleidezeit. Ich habe mir gedacht, das ist relativ praktisch. Weil ich bin eh meistens weit vorne, mein Team ist weit hinten und dann würde ich auch davon profitieren. Aber ja, skillen kann man das Ding, wie man möchte, aber das wird halt so in diese Richtung gehen. Luigi Sanzonetti profitiert eher von etwas, wofür wir nicht profitieren. und von dem eigentlich auch eher weniger, weil ein Punkt, den man quasi woanders hinstopfen könnte, auch. Aber praktikabel auch eine andere Skillung zu sehen. Hier haben wir das Sekundärartillerie-Modul und auch das habe ich hier drin und natürlich auch die Reichweite. Er hat hier, hier hat Doppelruder drin. Damit geht er weiter auf, als wenn er... Also er hat einmal das... Ja, hat Doppelruder drin. Damit geht er weiter auf, als wenn er Concealment mit dabei hätte. Dann geht man auf 10.3 auf. Das bedeutet, man hat nur einen Kilometer zu überbrücken. Ich habe tatsächlich das Concealment drin, damit ich auch hier rankomme, weil es für mich einfach angenehmer ist. Ich habe es mit Doppelruder, habe ich es auch gespielt. Dann geht man aber meistens über die Hauptartillerie. Ich wollte aber unbedingt diese Sekundärartillerie pushen, weil es einfach sehr, sehr praktikabel ist. Und tatsächlich ist die Napoli auch nicht ohne Doppelruder mit... Also weitauswendig genug für mich. Ist natürlich Geschmackssache. Das ist so ein Mogami-Style, wo man auf Reichweite bleibt und damit gut arbeitet und so gut wie gar nicht getroffen wird. Wenn man auf 10 Kilometer spielt, braucht man das Doppelruder weniger. Meine Meinung. Was sagt ihr über die Napoli? Habt ihr sie euch gegönnt? Ist ja interessant für euch. Wie gesagt, hier leider nicht 1 zu 1 sekundär. Spielweise ist es sehr, sehr schwierig umzusetzen. Aber genau deswegen finde ich das Ding auch interessant. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal.